Servus ihr Schlawiner, Knochen wieder hier Heute gibt es eine weitere Runde Na, ratet mal Ganz lange, genau, so sieht es aus So, play Claim Mulons Das habe ich also gemacht Aha, interessant zu wissen Ein gutes Wöchelchen Hier nicht mehr gespielt Ich würde sagen, ich gehe direkt mal in die Schlacht Oder warte, warte, warte Äh, ne Job war es nicht, war es Base Warehouse Was war denn im Warehouse Ne, hier stehen nur die Sachen, die ich jetzt Im Moment habe Boah, eventuell würde ich was kaufen Wurde ich auch nicht in den Workshop Im Workshop war es First Aid Kit, wie glaube ich davon Fünf Stück Granaten Vielleicht noch ein paar, wie glaube ich davon Vier Gut, nehme ich mir Zwei mit, sollte reichen erstmal Ich gehe direkt in die Schlacht Nehme mir John Wenn er als jeder ein bisschen was drauf hat Ich nehm eine Gramat Grammatik Eine grammatische Grammatik Heute wird es wohl nichts mehr mit äh, Grammatik Vielleicht noch ein Medipack Und wir legen los Oh Hopala Ich habe beim Pimmel an die Tischkarte gestoßen Sooo Wie soll ich denn hingehen Diese Frage Und wo kommen die Gegner Und wo kommen die Gegner Ah, hier, alles klar Und ich werde schon beschossen Hm Ich möchte mal schön die Granate umkoppieren Jetzt sollte ich vielleicht ein Medipack benutzen Wieso Wieso Jetzt war ich grad irritiert auf die Wieso schießt der auf die Weil ich Weil ich äh Die hier oben für die da unten verwechselt habe Mit der da unten verwechselt habe So sieht es aus So Jetzt machen wir weg Mann Wollen wir an Deckung gehen hier Das sind nur drei Gegenspieler Das ist eine coole Sache Ich gehe jetzt ins vier Ich habe nicht grad wie viele Karten es hier eigentlich gibt Ah, Bitch Ich sehe dich Da fehlt Echt jetzt Jetzt kommt die direkt neben mir Was will die eigentlich hier Das war ein Crit Mit Natürlich könnte die mich jetzt auch locker wegballern Hier Und das wird sie wahrscheinlich auch Ne Die interessiert sich überhaupt nicht für mich Was ist mit der denn los? Aber sie hat mich gesehen Und heilt die auch noch Diese blöde Pfunde Die interessiert sich immer noch nicht für mich Was ist los mit der? Warum heilt die die immer? Das macht mich Schade Jetzt ärgere ich mich, dass ich keine Granate mitgenommen habe Weiter Gebracht hat es nichts So Ruhe Guck hier Oh Und so sind das Wenn ich hier verstecke Jetzt bin ich gar nicht mehr geschützt Oh Oh Das war nett Du, da bin ich nicht mehr in Deckung Aber gut 76 76 So Guck mal Hm Er verschwindet Ok wir müssen auch mal Irgendwie mal Tor hier Oh Alles klar Ich müsste irgendwie in Deckung gehen Hätte ich vielleicht mal machen sollen Er hat sich jetzt in Deckung gebracht Hier zumindest Wieso hat er jetzt nicht geschossen? Ich habe keine Combat Assistance hier Ich brauche hier kein Schweine jetzt Geht mal direkt ran hier Weil das war sehr unkönlich Das war wirklich dumm Gibt es eigentlich noch dümmer? Das war immer richtig Richtig dumm. Alter, wieso habe ich das gemacht? Ich verstehe es selber nicht. Eigentlich wollte ich hier hin, aber dazu hat sich gerade die andere hin verfrachtet. Das ist ein bisschen blöd für mich jetzt. Ich komme schon wieder nicht dagegen hier. Er hat hier wirklich wenig Bewegungspunkte, Aktionspunkte. Okay, wir haben es auch gleich wieder geschafft hier. Wir bleiben einfach richtig dumm und ungeschützt stehen hier. Ich würde noch so viel leben, da sollte er hinhauen. Und wir haben gewonnen. So einfach ist das. Oder so einfach kann es sein, sagen wir mal so. Ich verstehe, was soll ich hier mal kaufen? Ich weiß nicht, was das sein soll. So, jetzt nehme ich mal zwei Granaten mit. Upgrade Ammo. Was ist das? Incentiary Ammo. What's for opponent Ammo? Okay. Ja, ihr könnt das nicht sehen, aber hier kommt ständig so eine Essence-Sperr-Information verfügbar. Laberkacke hier. Das nervt voll. Ich muss da ständig draufklicken. Scheiß auf dein Sicherheitszertifikat. Mein Gott, nervt das ey. Ich muss da ständig draufklicken. Ich muss da ständig draufklicken. Ich muss da ständig draufklicken. So, jetzt aber. Ich weiß nicht, man sieht mir den Fall noch gegen die Rübe. Pew. So, mein erster Kill. Für heute. Also, in dieser Runde, wo jetzt mal nicht jemand anderes draufgeschossen hat. So, was haben wir denn hier? So, 90%. Ich werde hier auch weiter snipern, sozusagen. Soll ich mich hier versteckt halten. So, ich bleib hier. Erst wenn der Gegner aus Deckung kommt, stehe ich auf, automatisch. Und schieße ihm hoffentlich schön einfach die Glocke. Doll weiß nicht, aber egal. Siegel. 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 Ja, das hat gut funktioniert. Ja, das bringt alles Kohle. Und ich brauche Kohle. Und will auch natürlich ordentlich EP zusammen haben. Ich will mal sehen, ob das könnte funktionieren. Ich werde noch mehr. Jupp. Jetzt habe ich das letztes auch gemacht. Als ich sechs Kills im Durchschnitt pro Runde gemacht habe. Da habe ich einfach ein bisschen KS sozusagen. Ich habe mir halt echt die Zeit genommen und habe halt geguckt. Ja. Wie sieht es aus? Komm, komm, komm. Wenn noch ein Kill abkommt. Bup. So kann es manchmal kommen. Aber es hilft natürlich auch dem Team, denn wir kommen hier gut voran. Wir müssen halt nur diese Station hier endlich bekommen. Wir müssen diese Station hier einsammeln. Beziehungsweise übernehmen. Bup. War gar nicht so geplant, aber okay. Der hat relativ wenig Leben hier. Den könnte ich sogar auch noch holen. Ich bin hier echt gut geschützt. Puh. Wahnsinn. Ich habe gerade fünf Kills schon gemacht jetzt hier. Die fünf Kills. Okay, das wird nichts. Das wird nicht mein Kill. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja nochmal dazu. Muss ich aber ziemlich schnell machen. So, jetzt. Wie sieht es denn bei ihr aus? Die hat echt noch viel Leben. Das ist echt schräg. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Ja, hallo. Sieger, schieß doch mal. Ich verstehe diese Munition zum Teil nicht so richtig. Das ist irgendwie komisch. Ich drück auf H. Dann sollte er ja eine andere Munition einsetzen. Steht der Typ auch noch direkt neben uns. Was ich eigentlich machen wollte, ist ja... Der wird jetzt gekillt. Wurde die geheilt. Das ist scheiße. Das ist natürlich richtig blöd. Jetzt ist sie auch weg. So, wir haben es jetzt aber auch nicht mehr leicht hier. Wir sammeln uns wieder. Wir werden wieder etwas mehr. Wie sieht es mit dem Typ aus hier? Wurde sie weg, Mann. Die haben die Station hier. Das ist das Problem. Jetzt sehe ich es. Wir werden das verlieren hier, weil die sie vergammte Station haben. Ich glaube, in der nächsten Runde haben sie dann auch gewonnen, hier. Jupp. Schade. Das ist echt blöd jetzt. Ich will mal gucken, wie viel Kills ich gemacht habe. Oh, irgendwas hat nicht unlocked. Ich glaube, ich habe nicht mehr. So, machen wir die Gasconic-Farm nochmal mit. Wo muss man sich hier begeben? Ah, klar, klar, ich sehe es. Also, auch hier wieder Terminal einnehmen. Ich werde sie hier hinbegeben. Okay, sie steht am Terminal. Ich versuche, sie jetzt zu beschützen. Irgendwie zu decken. Ah, da muss ich gehen. Ich denke, ich soll gleich mal... Hm. Ich kann nämlich von da treppen. Das ist irgendwie schräg. Irgendwie schräg. Oh, hier wird es voll. Ich glaube, das sieht auch nicht gut aus. Was war das denn jetzt? Da stand ja nicht mal Mist einfach so daneben geschossen. Wie geht das denn? So, das war ganz klare Rache. Jetzt halte ich den, äh, der ist der zugegeben. Combat Assistance. Alles klar. Jetzt ballert mal alle auf den Rauch. Das wäre vielleicht hilfreich, ja? Wir haben zwei, die haben 14. Was ist das für ein Scheiß? Ganz klar haben wir ja auch irgendwie verkappt hier. Ne, 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 ne. Wir sind hier hinter. So, ich schätze mal, wir sind jetzt im Portal. Okay, ich. Ich habe keinen Bock, dass ich hier schon wieder gewinne. So, der Kollege ist weg. So, ich muss mich also mit ihm hier beschäftigen. Pfff! So einfach geht das. Dann offensichtlich ein bisschen sehr blöd gelaufen. Okay, man kriegt mit Ball. Es sieht besser aus für uns. Auf jeden Fall. Ich werde mich halt nicht auf den hier konzentrieren. So, jetzt macht ihn mal fertig hier. Toggers blockt. Ich schiebe es ja nicht richtig. Warum zur Hölle bin ich jetzt hier hochgelaufen? Wolle ich eigentlich gar nicht. Bei jeden Fall sieht man ein erklärtes Ziel. Und wir haben gewonnen. Feinste Ware. Wunderschön. Drei Kills. Auch eine schöne Sache wieder. Ich werde die meisten Kills abgestaubt. Die haben gar keinen gekillt. Echt jetzt? So. Auch wieder eine Granate. Nehme ich mit. Upgraded Ammo. Also ist sie hier jetzt noch mit drin. Das ne? Irgendwie. So, wo sind wir jetzt? Snake Canyon. War ich hier schon mal? Ja doch. Irgendwie war ich hier schon mal. Lass mal hinter die Kapitän hier. Kaufen. Irgendwie kenne ich die Karten alle mittlerweile. Ich glaube, es gibt ja auch nicht allzu viele. Oh. Sehr kackt. Er war eher noch verkackt. Und er hat sogar doppelt verkackt. Ich habe immerhin getroffen. Ja. So sieht das aus. Willst du dich ne Granate auf? Ich schmeiß nicht. Ich will diesen Granatenkill haben. Fuck off. Jupp. So, wir müssen uns mal wieder hinter die Karre verziehen hier. In der nächsten Runde. Ich hoffe, ihr bleibt so lange am Leben. Oh. Ich muss halt die in mir, die blöde Kuh. Haube mal lieber ab hier. Das war nett. Trotzdem hat es nicht gereicht hier für den Typen hier. Weg ist weg. Sieg wohl. Sieg wohl? Sieg wohl. Ist das so? Das ist einfach nur. Also wirklich einfach nur rein rumgeballert hier. Aber es sieht gut für uns aus. Schieß. Und sie heilt mich. Das ist wirklich eine gute Sache. Aber sie kriegt jetzt nicht allzu viel ab. Bleibt so ein bisschen am Leben hier. Soll ich mir vielleicht die greifen? Nein, jetzt hat sie auch wieder voll. Ziemlich viel Leben. Das wird ja mehr Leben als die andere hier. Komm. Komm, mach hinne hier. Oh. Verkackt. Echt jetzt? Die hängen hier alle mal durch. Wow. Das ist ein komischer Name. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Was will die hier machen? Sieht doch auch, wenn die ganze Scheiße verfeilt die Heilerin hier. Faller den weg! Jetzt killt die Heilerin hier. Sieg im BMW. Die verkackten Healt überall. Wieso verfehlt ihr die denn? Was ist das echt jetzt? Ich hatte auch mal so einen komischen Stealth, aber den habe ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, wo das hin ist und wie ich das bekommen hatte. Da war ein Crit drin. Der Wichser soll ich mal verpüßen sein. Der Wichser soll ich mal verpüßen sein. Der Wichser-Pissname. Der Wichser soll ich machen. Und er ist ja eher eine Joe-Pissname echt. Not your turn! Dann eben nicht. Oben habe ich auch was gesehen. Was oder wen oder wie auch immer. Tide. Tide. Mit dem Tide wollte ich sagen. Aber mit dem Tide. Deswegen wäre was passiert. Boom! Und weg ist er. Zweite Woche langsame hier. Wettkrieg abbekommen. Scheiße, diese blöde Dinger sind auch relativ viel. Komm und Assists sind auch nicht schlecht. Auch diese Runde wird wohl zu unseren Gunsten ausgehen. Jetzt knallt diese Dinger weg. Versteck dich mal dahinter. Dahinter nichts. Oh, bist du jetzt ungeschützt? Ja. Hm. Hmhm. Hmhmhm. Und noch einen rein. Ich glaube, die alte killt mich nicht schon wieder. Der hat irgendwie auf jeden Fall bessere Waffen. Ey, ich dachte gerade. Was? Wieso konnte die nochmal schießen? Obwohl ihre Runde vorbei war. Was ist das für eine Pisse hier? Echt jetzt mal. Ich bin hässlich gefüllt ey. Was sieht dem aus? Ich bin zu weit entfernt. Ich hab die verreckt. Die blöde Slot. Echt. Ich hab die verreckt. Ja, musst du treffen, die blöde Sau. Echt. Die blöde Runde. Buff. Headshot. Wir haben nur zwei Vorsprungen, ne? Da ist nicht viel. Sau, das komme ich ran hier. Ne, aber hier komme ich ran. Wie gesagt, es fehlt ja eigentlich nur noch einziger Kill. Zack! Jetzt haut den weg. Oh Gott. Wir sind weg. sind fünf leute was ist das ein kill will ich mal abstauben hier ehrlich gesagt und wir haben gewonnen und wir haben wieder mal gewonnen aaaah herrlich 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 sieben kills sieben kills blackjack bei wo die machen wir jetzt erst mal nicht mit dem klo aus dem will ich jetzt hier man zeug durchgucken morgen workshop wir hatten wir doch hier das konnte ich mir letztens nicht erholen weil ich nicht genug kohle hatte erhöht mein leben etwas so machine gun ach das für die roboter ok assault rifle auch nicht schlecht machinery class stormtrooper kann ich aber gar nicht benutzen kann ich nur das den benutzen hier oder smg aber was hat er die andere da schon ne ich glaub ich bin ganz zufrieden so wie das hier ist granate na ein paar granaten würfe müsste ich noch machen ich hab eine granate noch eine einzige granate ich muss mal ein paar ähm herstellen diese booster eigentlich nerven die ich weiß gar nicht ob was sie gut sein sollen äh oder ja ist das der zweite teil hier ich will dann lieber ähm waffen schaden verwöhnen granate habe ich first aid kit ich glaub ich noch drei stück gut ich brauch noch zwei jetzt reicht aber nur mit der geldverschwendung man muss ja nicht alles mitmachen hier mit dem